hallo hallo liebe welter draußen hallo hallo sarah hallo heiko da sind wir noch mal hallo Fahllo Ritchie Fischer Fischer ich weiß nicht ob ein Kreuz die kann man sich das auch teuer oder ja aber ich es ich weiß es nicht ich trinke lieber nicht das Wasser Moment ich versuche ich habe können gar nichts machen gegen die hat jemand braucht jemand noch einen Topf sehe ich hier gerade gegen die Möglichkeit habe ich habe ich ich habe keinen Topf hier liegt einer doch ich hab doch Wollen wir essen nun gibt es ja es sind ich hab Fleisch und Fisch Fisch hab ich jetzt auch roher Fisch naja warum auch nicht nee komm 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 Braten hier sind genug Stöcker kann man ein kleines Lagerfeuer machen oder? ja soll ja heißen ja gekocht gekocht der Fisch oder ach gebraten gebraten gekocht irgendwie ey jetzt haben wir 2D meine Nalle ok machen wir den Solo Cut so soll ich mal herzahlen Fisch ja ich habe eine neue Notiz ich muss wohl unterwegs irgendwo über einen Passagier gesprungen sein echt? ja da hatte ich auch einmal das Notizbuch in der Hand aber ich hatte keine Zeit zu gucken warum ich werde hier mal so einen Baumharz sammler anbringen was haltet ihr davon wenn wir hier nochmal herfinden dann haben wir das wenigstens denn da liegt ja noch einfacher siehst du so fängt mal Fisch heutzutage da ist so viel zu essen drin darf ich was nehmen? ja natürlich massig so Fische sind am einfachsten Mittags zu ja aber ich habe noch im Inventar habe ich oh Gott ich habe so viel hier hätten wir bauen sollen was? wie? warten wir mal im Hinterkopf ja wir sind glaube ich schon mal hier gewesen wenn das das gleiche Lager ist obwohl nee da waren mehr Leichen glaube ich da wo wir damals waren also man könnte ja einmal abspeichern um auch nur mal sicher zu gehen was meint ihr? sehr gerne von mir auch ok ich nehme den vierten Slot dafür bei mir bringt es euch nix so ein Stück Fleisch ist da noch drin ich bin satt ich auch um meine Gesundheit ist es nicht ganz so gut bestellt aber es geht langsam es füllt sich langsam bei mir wollen wir weiter? ja folgt mir wo lang wo 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 da es wird doch langsam dunkel die Schatten werden länger auhh das ist ein gutes Zeichen hey der Fisch hat mich wieder aufgepäppt aufgepäppelt der Fisch ist äh ausdauermäßig ganz gut ja bei mir eben so Nur schade, dass man die gekochten Sachen nicht mitnehmen kann. Ja. Da leuchtet irgendwas vor mir. Oh nein. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Nee, ich bin da. Ich habe sowas gehört. Ja, hier ist noch ein Dorf ganz in der Nähe. Aha. Wir müssen uns beeilen. Ja, wir haben da nämlich ein schönes Baumhaus. Die werfen aber mittlerweile Molotow-Cocktails drauf. Die haben gelernt, wie das geht. Und es ist der sicherste Platz nicht. Der weiße Mann. Sind wir hier? Da. Was für ein Hammer war da denn? Hast du das gesehen? Ach, das ist hinten auf dieser Insel. Da müssen wir auch irgendwann nochmal hin. Heiko? Ja. Wo sind wir denn hier hingelaufen? Ja, hier ist richtig. Das ist richtig. Wenn wir schlafen können, könnten wir hier schlafen. Okay. Können wir nicht. Sollen wir rauf zum Fort? Ja. So ein bisschen links. Das hat was geflötet. Ich? Ich bin vor dem Baum gerannt. Oh nein. Da ist ja wirklich nicht mehr viel zu erledigen. Bist du schon da? Ich dachte, aber dann ist es mir doch ein wenig dunkel hier gerade. Das ist alles so verwirrend. Da hinten mit der grünen Flagge, das ist das Ufer. Da hat Heiko mal eine Flagge hingesetzt in der Höhle oder so. Hier, hier, hier. Ich habe den, ich sehe es schon. Wenn wir die Nacht überstehen, dann können wir am nächsten Tag alles fertig bauen oder abreißen. Neues Tier entdeckt, glaube ich schon. Ich sehe gar nichts, aber okay. Ja, wir sind da. Wo ist denn der Eingang? Hier, hier, hier. Hier drüben. Ah, einen Hasen gefangen. Sehr gut. Ja, dann bin ich dafür, dass wir uns erstmal ins Baumhaus über Nacht verkriechen, oder was meint ihr? Ja. Hasen müssten übrigens auch noch hier irgendwo sein, aber ich glaube, da gucken wir am nächsten Tag dann über rein. Wo kommen wir denn rein hier? Ach so, hier unten, unten Richtung, also Seeblick, direkt neben dem Hasenstall, in der Mitte. Hä? Neben dem Hasen, neben der Hasenfalle, auf der anderen Seite. Oder da müsste auch noch ein Durchgang, ja, da ist auch noch eine Tür. Wo du gerade bist, Sarah, Sarah, da ist deine Tür. Oh, verdammt, es ist schon wie jemand da. Ach, schade, hat er uns gesehen. Schaffen wir das alle rein? Moment, wir können, doch, wir können hier rauf. Schaffen wir das? Nein. Ich beeile mich. Habt ihr es geschafft? Nein. Ich weiß gar nicht, wo das Baumhaus ist. Ich werde alle attackiert. Oh, komm einfach hier. Hinter dir ist das jetzt, Sarah, Sarah. Puh. Ach, ich sehe auch gar nichts. Oh nein. Geht's dir gut? Ja, noch geht's mir gut. Wo schieße ich denn? Ich hab doch... Zahn verloren. Zahn verloren. Ziemal Hort. Ich häng feste. Ah, ich sehe euch da oben. Na, habt ihr schön gemütlich, ja? Viermal. Ja, tut mir leid. Ich hab ganz viele Pfeile. Ja, ich hab ganz viele Pfeile. Viermal Hort. Ah, erwischt. Okay. Dann schieße ich mal einen Baum hier. Kommst du hoch, Sarah? Ja, sofort. Ich sammle die Pfeile auf. Okay. Und der hat ein Zahn verloren. Sehr gut. Oh nein, 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 nein. Komm, wenn du es schaffst, lieber rauf. Aua! Ich hab mich nur erwischt. Die Ziege. Hat jemand viermal Hort für mich? Mit Sicherheit. Ich glaube schon. Ja, hab ich. Ich muss ja immer neu bauen. Bitteschön. Hier. All of my hearts. No? Oh, jetzt. Cool. Oh nein, 25 Stöcker brauchen wir dafür. Wir bauen erstmal was, was schnell fertig ist hier drüben. Das Gestell für das Trockenfleisch, das ist schnell fertig. Dann haben wir das schon gemacht. Ein Stock fehlt. Nein! So, Habraduax ist vorhanden. So, ich hab auch ein bisschen was hingehangen schon. Ach so, hab ich eigentlich noch was zum Hinein? Nein, nein, leider nicht. Ich guck lieber mal, ob es noch gut ist. Schlafen. Das Fleisch ist verdorben. I. Jetzt wartet mal an der Fisch. Oh, der ist noch gut. Moment, ich muss mal Fleisch eben los sein. Oh, zwei Aloe Vera habe ich da nur gesammelt. Letztens. Ach, da war noch ein Samen, den habe ich noch. Ja, es war auch nicht sehr viel da an der Stelle, wo ich die Aloe Vera da gefunden habe, letztens, als ich mich verlaufen habe. Ich hoffe, wir haben genug Kaninchen. Nein! Und die sind immer noch da. Ja, ja. Ja, die sind, die wohnen hier in der Nähe. Die haben uns umzingelt. Ja, beziehungsweise wir haben mitten reingebaut. Und die haben das Feuer gebändigt, ja, also. Ja, die wissen jetzt, wie geht Feuer. Ja. Einer hat von uns gelernt, heimlich. Jawohl. Also, abreißen dauert zu lange, jetzt alles abzureißen. Ich glaube, dann versuchen wir, sollen wir, wollen wir versuchen, das alles aufzubauen. Ja. Oder? Freilich. Schön mit Fall und alles. Wobei ich nicht glaube, dass wir ohne einen Kran hier Holzstämme hochkriegen. Das glaube ich nicht. Ach, das hier. Ja. Das kann man vergessen. Reißen wir ab, oder? Ja. Ja, was geht, was geht, das reißen wir ab vielleicht. Zugelleuchzen und abreißen. Braucht man da auch Baumstämme für? Für das Fall ja, ein. Ach ja, das ist ja. Was für eine Frage. Ja, dann weg damit, oder? Ja, wir kriegen ja sowieso ohne Kran hier keinen Baumstamm hoch. Also weg. Stopp. Noch irgendwas mit Baumstämme? Hier haben wir 25 Stöcke brauchen wir hierfür, für den Blumenkasten. Also neun sind schon drin, also brauchen wir noch, kann kein Mensch ausrechnen. Höhere Mathematik. Es ist ruhig geworden da draußen. Aha. Wir gehen nochmal brennende Pfeile, habe ich vergessen. Ich sehe gerade, ich kann hier abspeichern, soll ich das mal machen? Ja. Auch wieder auf den, na, ich nehme mal den zweiten Slot, der ja immer für die Fail, aber auch für die, wo es uns nicht so gut geht, ist. So. Oh. Ist es dunkler geworden? Oh, wie konnte ich denn noch? Moment. Aufheizen Pfeile mit Alkohol. Hier. So. Ja. Okay. Oh, ist das dunkel? Hm, ja, leider. Bist du unten? Ich bin unten. Hä? Ich bin unten. Okay. Ich verprelle Bohrleichen. Gut. Ich auch runterkommen, soll ich? Ja. Nein. Nicht in der Nacht. Da finden wir doch nie wieder nach oben. Was ist denn los? Ich treffe keine Kaninchen. Oh, hier liegt ganz viel lecker Fleisch rum. Ah, nicht das Fleisch neben zwei Stücke. Wir sind verdorben. Ich kann Kaninchen nicht töten. Wieso nicht? Wie viele sind denn da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Achtung. Achtung. Oh, oh. Geht da nicht alles kaputt, wenn der Baum hier drin fällt? Ja. Sollen wir das nicht lieber am hellen Tag machen? Vorsicht. Na ja, einen Fluchtweg lassen wir uns vielleicht auf. Tatsächlich kann ich die nicht töten. Wieso nicht? Was soll das? Ich glaube, die muss man rausnehmen und in... Oh, hier sind so viele Knochen. Wollen wir die mal aufsammeln? Ja, sammelt mal. Baut jemand der Knochen-Gestell? Ich glaube, sehr viel bauen sollten wir hier, glaube ich, nicht mehr, oder? Nur noch zusehen. Also finde ich jetzt zusehen, dass wir alles, was wir hier haben, so fertig machen, soweit es geht. Trinken nicht vergessen, ganz wichtig. Ah, wie war das mit dem Fleisch? Ich muss das loswerden. Moment. Oh, ich müsste mal was essen. Oh, Jammerfleisch. So, das Fleisch, das da am Ausgang an der Tür liegt, das ist... Jammerfleisch, okay. Ja, das ist das von dir, Sarah. Hier drüben leuchtet was. Was leuchtet denn hier? Ein Pfeil? Wer hat denn hier mit Feuerpfeilen ge... Das war ich. Oh. Mein Pfeil. Ach so. Okay. Wir könnten eigentlich auch schlafen. Moment. Echt? Können wir schon? Achtung! Kommt schon wieder einer? Ja. Oh, nein, nein, nein. Nein. Ich kann nichts tun. Ich schlafe schon. Nein. Ich kann doch was tun. Dann wieder rauf. Ins Baumhaus. Schnell. Da. Ja. Ich komme nicht ans Baumhaus dran. Ja. Ich komme nicht ans Baumhaus dran. Ja. Warum? So. Vorher im Karton. Ich wollte die Pfeile. Wo ist Feuer? Ach hier. Ja, es wird hell. Und wir sind am Ende der Folge. Die Nacht haben wir überstanden. Aber ich denke, in der nächsten Folge wird es dann hier richtig zur Sache gehen, was das Bauen angeht. Und ja, dann bedanken wir uns an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.